Resi, ich hol dich mit meinem Traktor ab. Resi, mit meinem Traktor mach ich niemals schlapp. Und dann spiel ich Mundharmonika, weil romantisch bin ich. Herzlich Willkommen zu Zonkos Welt TV und mein heutiger Traktor ist die BMW R90 Urban G-S. Traktor, ich meine, es ist natürlich kein Forst- und landwirtschaftliches Fahrzeug, aber irgendwie passt Traktor gar nicht so schlecht. Unverwüstlich, robust mit, naja, minimalistische Technik will ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil diese Traktoren heutzutage und Habitäre, was die alles einfüllen, die haben ja in diese Häuseln drinnen, haben sie schon Klima und YouTube und alles, weil, ich meine, die fahren schon teilweise so diese Großbauern oder eine fährt in der Nacht mit der Maschine über diese weiten Felder und der nächste, der fährt am Tag, also die stehen eigentlich nie. Nur, ich meine, seien wir uns ehrlich, das war jetzt schon eine mörderische Verzettelung, gleich zu Beginn, in Wirklichkeit geht es heute um die Urban G-S. Und G-S, das sagt uns natürlich, also uns älteren Semestern, sagt uns natürlich, jawohl, BMW R80 G-S 1980. Das war ein Meilenstein, was BMW da gebracht hat und da hat es ein Detail gegeben, also gefallen hat es mir damals nicht. Das muss ich sagen, ich war damals einfach weit davon entfernt, ein BMW-Fan zu sein. Das hat sich erst eigentlich in den letzten zehn Jahren geändert. Vorher, ja, hat es ganz leibende Motorradln gegeben, aber so, dass ich so richtig in diese Marken einig bin, das war, glaube ich, bis vor zehn Jahren undenkbar. Und damals bei dieser R80 G-S hat es aber tatsächlich was gegeben, was mich unglaublich fasziniert hat und was ich in Wirklichkeit bis heute nicht ganz verstehe. Das liegt an meinem technischen Unverständnis, aber, ja, wie gesagt, das ist bis heute so. Die R80 G-S ist die erste Maschine gewesen mit Einarmschwinge und Kardan. Und das, dass das stabil sein kann, das, ja, das weiß ich mittlerweile, dass das extrem stabil sein kann und dass das richtig super ist, dass es eine großartige Lösung ist. Aber damals habe ich es, ja, eigentlich nicht fassen können, dass es es gibt. Das war die Geburtsstunde des Paralevers. Also früher BMW, die haben natürlich immer Kardans gehabt, aber das war halt hinten auch noch. Das war so eine Art Zwei-Armschwinge und in einer ist halt dieser Kardan gelaufen und dann diese Einarmschwinge mit Kardan. Das ist schon ganz was Irres und das hat natürlich die R90, natürlich hat es das auch, weil das ist ja jetzt mittlerweile Standard und da macht es eigentlich keiner mehr Gedanken, wie das so stabil sein kann. Und ich mache mir ja in Wirklichkeit auch keine mehr, obwohl ich es bis heute nicht ganz verstehe. Also für mich ist das immer noch ein bisschen wie ein Wunder, aber es funktioniert natürlich großartig. Nur, jetzt ist glaube ich eh schon bekannt, dass ich ein starker Fan dieser R90-Reihe bin. Da bin ich ja nicht allein, sondern die hat ja mörderisch eingeschlagen, diese R90-Reihe. Es gibt ja glaube ich in der Zwischenzeit fünf verschiedene Modelle und ein besonders spektakuläres ist diese Urban GS. Jetzt, ich meine, sie hat natürlich diesen Vierventilboxer, den luftgekühlten, luftölgekühlten Vierventilboxer mit 1170 Kubik, 110 PS, ich glaube bei 7500 Umdrehungen und 116 Newtonmeter, irgendwo bei 6000 Umdrehungen. Ja, das ist der Motor, also nicht der mit dem Wasserkopf, auch nein, die Reihe hat den echt luftölgekühlten. Der Motor ist über alle Zweifler harm, der ist ja auch irrsinnig erprobt und irrsinnig bewährt. Ist ein richtig bulliger Motor, der jetzt nicht wahnsinnig drehfreudig ist natürlich, aber seit BMW dort den Wandel durchgemacht hat, mit einem wirklich würdigen Klang, einem echträutigen Sound, sportlich, rotzig, frech, also ganz große Freude. Ich bin da aufgestiegen bei BMW Wien, habe noch gefragt, habt ihr da einen Zubehörauspuff drauf, oder ist das der Originale? Er hat gesagt, das ist der Originale und dann habe ich eingeschalten und dann hat es gleich gehört. Göttlich. Habe ich gleich beim Aufsteigen und beim Anwerfen eine irrsinnige Freude gehabt. Ja, ich meine, bei dieser Urban GS, was herausragend ist, sie hat natürlich ein 19 Zoll Vorderradl, weil sie ja doch auch ein bisschen offroad-tauglich sein soll. Sie hat in Anlehnung an die 80er und 90er Jahre diese Faltenbelge an der Gabel, was ich großartig finde, ist übrigens eine 43 mm Teleskopgabel, also keine Telelever, sondern eine ganz normale Teleskopgabel. Die funktioniert sehr gut, hat glaube ich vorn einen Federweg von 125 mm und hinten hat es 140 mm Federweg beim Federbein. Nun, die Abstimmung ist jetzt, die ist relativ straff, also das ist eher, ja, spurtlich, straßenorientiert, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, die Prinzessin auf der Erbse wird vielleicht ein bisschen matschgen und sagen, okay, das ist ja doch ziemlich hart und da muss man sagen, ja, das ist ein Sporttraktor, mit dem wird angerissen gescheit. Das muss man verstehen und ich glaube, da gibt es eh volles Verständnis, weil sie schaut ja wirklich sehr, sehr sportlich aus. Ja, und was auch ein ganz, ganz klares Indiz ist, dass das jetzt keine Enduro ist, sondern eine Straßenmaschine mit ein bisschen längeren Federwege, ist natürlich die Sitzposition durch diesen langen Tank, der halt zu dieser A9T-Reihe gehört und perfekt ausschaut, aber durch den langen Tank ist der Abstand zwischen Sitz und Lenker relativ groß und du sitzt ein bisschen nach vorne gespannt. Das ist bei allen A9T so und bei einer, die halt jetzt irgendwie Enduro-artig daherkommt, ist es vielleicht noch gewöhnungsbedürftiger wie auf die anderen, weil das natürlich jetzt keine Enduro-taugliche Sitzposition ist, sondern eher ein sportlich nach vorne orientierte, aber ganz sicher jetzt nicht unbequem. Also das ist schon super, aber es ist halt eher, ich würde sagen, eher ein Naked-Bike wie eine Enduro-Sitzposition. Was ich jetzt gar nicht probiert habe, ich bin natürlich nicht stehen gefahren, das weiß ich nicht, wird funktionieren, ist aber 100%ig durch den Abstand vom Lenker zum Sitz nicht jetzt die ganz große Offenbarung, aber ich glaube, das soll sie auch nicht sein. Ja, Reifen kann man abwerk aussuchen, wenn man es bestellt. Ich habe Gott sei Dank jetzt dort keine grob profilierten drauf, sondern ein Metzler, was ist das, ein Tourance Next, den finde ich großartig, der hat ein bisschen ein Profil, aber jetzt nicht gewaltig und du kannst ihn glaube ich auch mit dem Conti DK70 oder mit dem 80er kannst du ihn auch bestellen wahrscheinlich. Wie ich persönlich nicht und wie gesagt, mit sowas kann man auch Schotterwege, fahrst ganz super und du bist aber dann auf der Straße, wenn du es hast, einfach besser dran. Ja, jetzt vielleicht noch zur Bremserei. Bei der Bremserei ist es so, die hat natürlich ABS, ABS ist ausschaltbar, das taugt mir immer und bei einer Enduro, also wenn du Offroad unterwegs bist, ist ja das meistens sehr, sehr sinnvoll, wenn du das ABS ausschalten kannst. Ich habe es jetzt allerdings eingeschalten lassen und muss sagen, dass mir der Druckpunkt der Bremse nicht super taugt, also den habe ich jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt, aber ich bin mit dieser Bremswirkung absolut zufrieden, also es ist eine großartige Bremswirkung. Das ABS löst auf der Straße nicht zu früh aus, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil das nimmt mir dann ein bisschen die Freude, wenn es zu früh auslösen würde. Das macht es nicht, insofern bin ich von der Bremse wirklich sehr angetan. Ein bisschen ein sportlicher Druckpunkt, das wäre natürlich herrlich, andererseits in Zeiten von ABS ist es nicht so wichtig, dass du das jetzt wahnsinnig gut gespürst. Ja, was habe ich noch? Genau, diese Maschine hat dieses ASC und das ist ganz lustig, weil ich ja nie weiß, was dieses ASC heißt. Das heißt ja nicht ASK, sondern das heißt ASC, aber bei BMW haben sie mir jetzt gesagt, nein, das heißt tatsächlich Anti-Schlupf-Kontrolle. Und ich meine, das ist ein bisschen eigenartig, weil dann müsste es meiner Meinung nach heißen ASK-Anti-Schlupf-Kontrolle und sonst müsste es jetzt heißen Anti-Schlupf-Control, was auch irgendwie bochen ist. Es ist wurscht, im Endeffekt ist es eine Traktionskontrolle, gleichzeitig eine Willi-Kontrolle und sie hat sogar eine Abhebeerkennung, wenn du jetzt ganz hart eine zangelst. Und ich persönlich habe jetzt schon ein paar Mal echt harsch ausgekaut über dieses ASC, weil ich gesagt habe, nein, das ist halt so diese primitive Art der Traktionskontrolle und hat natürlich nichts zu tun mit einer dynamischen Traktionskontrolle. Und das stimmt natürlich immer noch, dass das nichts zu tun, also dass es eine dynamische Traktionskontrolle mit Schräglagen-Sensor und so natürlich schon besser ist. Aber dieses ASC, das ich kennengelernt habe, wahrscheinlich schon vor 12, 13 Jahren, das haben sie wirklich super weiterentwickelt. Und ich bin da jetzt hinten aufgegefahren, diese Kopfsteinpflasterstraße, also die Wiener Höhenstraße, wo es ordentliche Rumpeln gibt. Also da beitelst du die ordentlich durch. Und jetzt hast du natürlich mit diesem gewaltigen Motor, weil ich meine, die 110 PS entwickelt er ja bis 7500 Umdrehungen. Also das ist ja ein wirklich kurzes Band, wo das entwickelt wird. Insofern hat das wirklich einen ziemlich brachialen Antritt. Und da bin ich aufgefahren und auf diesem Welling-Kopfsteinpflaster ist es natürlich schon so, dass die Walze dann die Details zeigt, hinten auszubrechen und quer zu gehen. Und wenn der Motor schön am Gas hängt, kannst du dir das einfangen. Aber das braucht ein bisschen mehr Konzentration, als wenn du halt so eine Maschine hast mit einer gescheiten Traktionskontrolle. Und das, ich habe nur gesehen, dass es im Display ordentlich arbeitet, dieses ASC und es war aber in keiner Weise irgendwie ruckartig oder so, sondern es hat wirklich sehr, sehr super funktioniert. Da war ich dann beeindruckt und habe mir gedacht, schau, du alter Trottel hast immer geschimpft über dieses ASC, aber das haben sie natürlich in diesen letzten zwölf Jahren, da war es natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und da muss ich jetzt sagen, no, Hut ab, das ist dadellos, das ist richtig super. Ja, und ist der Sitz hart? Der Sitz ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig bequem, aber mir ist er auch nicht zu hart. Es ist wahrscheinlich jetzt, wie soll ich sagen, wenn du jetzt fahren willst, keine Ahnung, zu den Affen von Gibraltar oder ans Nordkap, wo du halt richtig lang oben sitzt, möglicherweise ist dann der Sattel nicht super bequem, das kann schon sein, aber so für 200, 300 Kilometer Ausfahrten am Tag ist das sicher machbar und wenn keine komplette Mimosenbissen, dann fährst du 1000 am Tag auch, ohne dass da irgendwas runterfällt. Ja, jetzt muss ich noch schauen, habe ich irgendwas vergessen? Ja, was mir auch noch für sich extrem gut gefällt, ist diese ganz schlichte Armatur, die Anzag 220 und wie es halt bei so BMW-Boxermaschinen ist, sie fahren ja alle 200 und ein bisschen drüber, es ist meiner Meinung nach ein vollkommen ausreichender Top Speed und man fährt sie ja eigentlich ganz selten Top Speed und es ist aber so, dass zum Beispiel die Maschine keine Ganganzeige hat und jetzt kann ich natürlich sehr gut leben damit, aber mittlerweile ist es tatsächlich schon so, dass es da ein bisschen abgeht. Du denkst, na bin ich jetzt im Zweier oder im Dreier, das hat man sich schon so gewöhnt daran, dass man das jetzt immer schaut und wenn das dann auf so einem Motorradl nicht drauf ist, na dann staunt man ein bisschen und denkt sich, aha, wieso ist das nicht drauf? Aber dafür hat es halt einen wirklich minimalistischen, puristischen Auftritt und der passt ja irrsinnig gut zu dieser A9T-Reihe. Ja, und dann ist es bei mir immer so, dass es halt den Punkt gibt, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt Weltklasse, das taugt mir der Motor, ich komme wirklich gut zurecht, es sei denn auch diese, ich meine, das Getriebe ist so, das ist natürlich auch schon über die Jahrzehnte echt verfeinert worden und trotzdem ist es so, mit so einem wuchtigen Motor, mit längs liegender Kurbelwelle und Kardan, seien diese Schaltvorgänge, wenn sie manuell bedienst, na die seien nie so, wie auf einem echten Sportmotorradl. So ist es halt nicht. Und, das heißt, wenn du jetzt wirklich in Drehzahl einschaltest und versuchst es möglichst schnell zu schalten, weil in Wirklichkeit solltest du dir ein bisschen Zeit lassen, wenn du jetzt echt keine Geduld hast und dir keine Zeit lassen willst und richtig schnell schaltest, na dann gibt es so ganz leichte diese Nick-Momente, an die man sich sehr gewöhnt natürlich, aber die einfach spürbar sind und im Ernstfall, wenn es wirklich ein hartes Gemetzel ist, natürlich ein bisschen Zeit kosten, weil man ja ein bisschen, ein bisschen Reserven lassen muss. Und jetzt kenne ich aber natürlich diesen Wasserboxer aus der R1200R zum Beispiel und das taugt mir halt so sehr, dass ich persönlich, ich hätte es schon gern, auch in dieser A9T-Reihe, den Wasserboxer mit dem Schaltautomaten. Ich glaube, das wäre ganz, ganz leibend. Würde jetzt natürlich ein bisschen vor diesem puristischen Gedanken weggehen. Andererseits, ich meine, hast du da ABS, du hast ein ASC und ich weiß auch nicht, was da noch ist. Und dieses ASC, wie gesagt, das ist ja schon kombiniert mit Willi-Control und dann hast du noch die Abheberkennung. Das heißt, Elektronik ist eh genug drinnen. Insofern würde der Schaltautomat meiner Meinung nach jetzt das Konzept nicht verwässern. Aber ist jetzt halt noch ein bisschen gieriger und noch ein bisschen sportlicher machen. Das wäre dann der Sporttraktor mit Schaltautomat. Ja, na gut. Viel mehr kann ich jetzt dazu gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe das soweit abgehandelt. Ich selber bin stolz. Mir gefällt das richtig gut. Bin sehr, sehr gern damit gefahren. Und mich freut es auch sehr, dass BMW mit dieser A9T-Reihe so einen großen Erfolg hat. Und wenn du jetzt geschaut hast, zum Beispiel bei dem Motor Circle, wo ich am Wochenende war, der mir jetzt in den nächsten Tagen kommt, auf 1000 PS dann dieser Messe-Rundgang dort. Da hast du natürlich schon sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle Umbauten gesehen. Und man hat einfach gesehen, dass so BMWs dort wirklich im Fokus stehen. A9T's, aber auch diese Älteren, weil sie einfach dieser Motorblock wirklich super eignet für so Umbauten. Und ich glaube, dieses Boxerkonzept, na, das genießt mittlerweile. Es hat immer Fans gegeben von dem Boxerkonzept. Aber mittlerweile, glaube ich, sind es doch relativ viele Leute, die das echt charmant und sehr, sehr leibernd finden. Ja, und jetzt vielleicht noch, weil ich zuerst gesagt habe, dieses ASC, das ist wahrscheinlich zwölf Jahre her, ich habe mir heute dieses Leiberl wieder aus den Kosten ausgenommen. BMW, habe mir gedacht, wenn ich schon BMW präsentiert, sehe ich mir BMW Leiberl auch. Und habe dann hinten oben gesehen, na, das ist von dem BMW D's in Garmisch-Badenkirchen 2007. Das heißt, das Leiberl ist elf Jahre alt und ich habe es nicht selten getragen, ich habe es relativ oft gehabt, das heißt, das ist irrsinnig oft gewaschen worden. Das Einzige, was du siehst, ist, dass dieser Schriftzug jetzt halt schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber an und für sich ist das Leiberl immer noch Weltklasse. Und das Einzige, warum es jetzt dann doch irgendwann austauschen muss, ist, dass ich mich halt offensichtlich im Unterschied zum Leiberl in diese letzten elf Jahre doch ein bisschen weiterentwickelt habe. Ich habe fünf Kilo zugenommen und jetzt könnte man ja annehmen, dass diese fünf Kilo, die man zunimmt, wenn man älter wird, alles in der Birne ist, weil man ja so irrsinnig viel erfährt und das muss man ja irgendwo abspeichern. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich speichere das alles in der Wampen ab. Und da muss ich jetzt im Winter in mich gehen, nicht, dass ich dann nächstes Jahr vielleicht ein Zwei-Nummer-Größeres Leiberl brauche. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, ich habe euch diese Urban GS ein bisschen näher gebracht. Mir liegt sie wirklich am Herzen. Ich kann echt jeden verstehen, dass ihr das kauft. Und ich glaube, der Oberst, der Kohiba Grande, der ist ja von einer CVO Harley, hat er spekuliert mit einer Indien. Er wollte umsteigen auf eine Indien und hat sich dann letztendlich das gekauft. Und so viel ich weiß, ist er sehr glücklich damit. Wir werden allerdings schauen, ob er nicht dann doch wieder in das richtig schwere Chopper-Lager wechselt. Die Welt ist groß, der Markt ist riesig. Seid mal froh, dass es Zuläume und Motorraden gibt. Jawohl, Freunde, bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich zeige euch noch den Schriftzug da. Jawohl, ciao, grüß euch. Ich zeige euch. Butch... Untertitelung des ZDF, 2020